Herzlich Willkommen zu einem neuen VideoTV Kanal. Wir spielen wieder den Story Mode von Splatoon 2 und gehen jetzt erst mal in das Indie, also so, weil wir können eine Waffe upgraden. Hm, schauen wir mal. Erhöht die Verteidigung des Bloviators und verkürzt die Zeit bis zur erneuten Einsatzfähigkeit. Das bringt das nicht so viel. Erhöht die Feuergeschwindigkeit, achte auf deinen Tintverbrauch. Erhöht die Kraft und die Geschwindigkeit beim Feuer von Tinten. Ich denke, ich habe jetzt einen Blaster. Uns fehlt nur noch eine Waffe. Welche könnte es sein? Ich habe eigentlich keinen Ahnung. Es könnte... Es könnte... Nee, kein Plan. Achso. Ja. Heute kümmern wir uns an den Boss. Let's... Go. Ui, das sieht schon mal richtig schlimm aus. Aber... Ja. Schauen wir mal, wie es wird. Mal brauchen. Habe ich jetzt nichts dagegen. Weil das ist ein fliegendes Ding, glaube ich. Deswegen ist es aber eigentlich gar nicht schlecht. Ja. Okay. Wenn du da scht? Ja. 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 Ich bin nicht nur aufgeregt, sondern auch aufgeregt. wie soll man das nirgendwo nimm ich nicht mehr sein Oh, jetzt ist es gut. Oh, ich weiß. Boah. Amen, im Zumba. Nein. 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 Ich weiß doch, ich weiß nicht. Was ist hier gut? Was ist hier gut? Wie geht das noch weiter? Man, man, man. Ich bin da oben, ich bin da oben. Ich bin da oben, ich bin da oben. Abstand. Ich bin da oben, ich bin da oben. Wer hat das? Wer hat das? Was ist das? Das ist kein Sponch, nur. Schütz. Geht weg, verschwindet von hier. Hältst du das Gerät verkehrt herum? Ah, tatsächlich. Daran hat es gelegt. Ioni? Äh, nein. Nein, das soll nicht Ioni sein. Geht einfach weg. Hier ist es gefährlich und nicht sicher. Das ist doch dasselbe. Ist mir egal. Geht einfach. Ich warne euch. Nicht schon nochmal. Warte, leg nicht auf. Ioni, Ioni. Arbeitet Ioni etwa mit den Oktarianen zusammen? Nummer 4. Jetzt brauche ich deine Hilfe mehr als jemand zuvor. Hm? Ich warte das mal wieder als ein... Ja, du bist super. Also dann packen wir es an. Willkommen, Ioni. Dann würde ich sagen, machen wir das Possibly jetzt mal. Ja. So, ähm... Welcher war für... Ich versuche mit Glex-Roller. Aber ich habe wirklich... Keine Ahnung, wie das möglich sein soll. Oder wobei ich versuche mit dem Blaster, weil ich den Gas schütze habe. Das ist dann interessant. Ich habe keinen Plan. Keinen Plan. Wie ich das machen soll. Ich habe keinen Plan. Okay. Aber ganz ehrlich. Wenn man nicht was zu macht, finde ich den ganz selten beeindruckt. Ähm, ja, was ist das hier? Achso, okay. Ja, ich versuch's dann. Oh je, das ist ja komplett kompliziert. Oh nein. Das ist so kompliziert. Wenn nichts anderes hingehen. Oh je. Toll. Wow. Jetzt. Nein. Jetzt, 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 jetzt. Komm noch mal so nah dran. Okay. Ich hab' nicht gesagt, das ist dann gar nicht einfach hin rum. Ich will jetzt sterben lassen. Ich weiß nicht. Aber es ist nicht einfach das komplett zu sterben. Das geht doch gar nicht. Hallo. Kann ich nicht mal aufhören? Der Boss ist ja komplett krank. Der Boss ist ja komplett krank. Wie sollte es denn möglich sein? Oh man, oh man, oh man, oh man, oh man. Das ist ja unmöglich. Das ist wirklich unmöglich. Das muss ich ja jedes Mal. Jetzt machen wir mal neu an. Ja. Ich stehe jetzt. Na toll, ich sterbe natürlich. Ist ja komplett gestört. Dieses Level ist einfach so knapp. Juhu, ich habe zwei getroffen. Hm. Yippie. Das sind wir da weg. Ja, natürlich. Jetzt sterbe er in der Mitte. ich muss es mit jeder waffe machen wie soll es mit dem kletzvoller möglich sein das ist ja vom weg gestört der spiel ist ja viel zu hoch ja 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 1 toll wow ich habe 1 Und jetzt... Ich bin betroffen. Fehlen ja nur noch... 2 Ender. Und das ist ja erst die zweite Phase. Also muss man auch noch bedenken. Und ich muss das jetzt noch mal machen. Das ist so krass. Ja. 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 Nee. Nee. Hm. Nein. Nein. Es wird doch... Die grünen Farben von dem Ding wird doch weg, oder? Nein. Es wird doch... Die grünen Farben von dem Ding wird doch weg, oder? Das kann ich nicht machen, wenn ich mir nicht wirklich rauskomme. Haha, das ist dann wie geil. Oh Mann. Dann hat er auch nicht mehr Hilfe verhandelt. Oh, die fliebauten. Und jetzt kriegen eh gar nichts um was, ey. Ja, die haben doch auch nicht fliegen, oder? Doch, die bleiben da liegen. Oh, ich habe ja nicht mehr Leben gebraucht. Und hat ja wieder Angst bekommen. Nicht so gut bin. Oh, das sieht auch so aus. Ja, oh, ist da. Hm. Ich sterbe vielleicht schon wieder. Jetzt alle auf einmal. Warte, die Bombe sind. Eins. Sehr geil. Also mit dem Flex-Roller kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Ich muss schon mit dem Glas das Zählen lassen. Und das Zählen stellen. Und das Zählen stellen. Was? Ich stehe auf ihn. Nein, ich stehe nicht mehr auf ihn. Ich stand doch auf. Wo ist er hin? Nichts zum Teufel. Nichts zum Teufel. Nichts zum Teufel. Ich hab ihn! Wo bin ich? Ich sehe nichts. So, wenn ich jetzt hier nicht drin bin. Nein. Neun Minuten. Für einen Passkampf. Hehehe. Ja. Das war's mit diesem Video. Ich würde mich über einen anderen Like freuen. Und ciao.